Servus Leute, hier ist wieder Dan22Tube, ich bin Dan und willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Mal zog ich den Fahrgeschäft Simulator Kalypso. Das Ding hier. Ja. Also ich würde sagen, dass es los geht. Das Ding ist eigentlich wie ein Breakdance, nur viel langsamer. Ja, das ist tatsächlich die Höchstgeschwindigkeit. Schneller geht das Ding nicht. Äh, was? Okay. Ach stimmt. Ja, ich habe gerade geguckt, wo nochmal die Kamera, äh, wie man die Kameraansicht wechselt. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und wieder neue Runde. Ja okay, das ist jetzt nicht so aufregend wie jetzt zum Beispiel den Breakdance. Ja, ich werde übrigens nachher noch ein zweites Video machen. Ja okay, das ist jetzt nicht so aufregend. 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 Bis zum nächsten Mal.